freunde herzlich willkommen heute haben wir eine kleine tour mal gemacht und besuchen einen alten freund jörg der hier die firma gegründet hat vor 18 jahren auto teile süd in neuen münster und wir haben alle damals gedacht das so ein bisschen belächelt das kann so nicht funktionieren aber der hat richtig zugeschlagen man hat natürlich diese weit gefächerte programm natürlich auch für spezialteile mit aufgenommen tuningkits und aussofernlagen über ja alles was das herz eines autoliebhabers begehrt jetzt möchte ich ihnen einmal diesen menschen vorstellen der mir persönlich auch ein bisschen ans herz gewachsen ist jörg ja moin egon schön dass du mal wieder rein schaust hier heute bei autoteile süd in neuen münster wir kennen uns ja jetzt auch schon 20 jahre ja du bist hier im groß und einzelhandel in neuen münster wo man autoersatzteile und motorersatzteile beziehen kann für guten preis und gute qualität und lange garantie die idee hatte ich damals 2001 dass ich mich selbstständig mache mit ersatzteile für einen freien aftermarkt halt eben wo privat leute und werkstätten einkaufen können und heute ist es so für die haben einen großen shopbereich ein riesen lager mit vielen ersatzteilen und auslieferungsfahrzeugen wo wir circa 50 60 km und münster jeden tag dreimal liefern so 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018